Ihr wollt wissen, wofür die ganzen Manufaktoren sind? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde des Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Ihr habt vor allem das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen leiser ist, bevor wir irgendwo mit anders anfangen. Äh, da. Viel besser, viel, viel besser. Aber jetzt geben wir dem Ganzen noch Musik. So. Okay. Jetzt habe ich vollkommen vergessen, was ich machen wollte. Genau. Ich habe hier mal den Knick rausgemacht. Ich habe schon mal Draht von drüben, also der Draht, den wir da haben und der da überschüssig ist, habe ich hier hingeleitet. Ähm, also der kommt schon mal hier an. Der ist schon mal da drin. Wir, ne, ich habe meinen Kasten da hinten zugebaut und von der Decke gehangen. Äh, da fliege ich jetzt aber nicht extra noch mal hin. Und, ähm, ja. Ich habe allgemein dafür gesorgt, dass wir schon mal alles hier, ähm, an Material hinkriegen. Ähm, die Sachen sind auch so weit verbunden, dass das direkt hier rüber läuft in, in den Kollegen rein. So. Und, ähm, jetzt müssen wir... Das ist auch richtig okay. Ähm, ähm, ja genau, die Ausgänge habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte letzte Woche noch mal schön, oder die letzten Tage noch mal schön nach Hause fahren, aber mir ist das Spiel abgestürzt, als ich im Zug saß. Äh, fand ich nicht so witzig. Okay. Äh, heute habe ich vor, äh, quasi die sage und schreibe zwei, ähm, Anufaktoren aufzubauen für Highspeed-Konnektoren. Aber jetzt tragen wir uns direkt mal ein. Wie gehen hin? Also, Produktion. Wir brauchen zwei für Highspeed-Konnektoren. Wir brauchen hiervon, äh, zwei für diese, ähm, elektromagnetischen Steuerstäbe. Dann brauchen wir 14 hiervon noch mal. Na, sind wir auf 16. Für Computer. Und noch mal 20. Falsch. So rum. Ähm, für die Adaptive Control Unit, wie heißen die denn noch mal? Äh, 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 genau, Other, adaptive Steuereinheit, genau. So, damit haben wir nämlich alles, was dann da rein fließt, ne, ich gehe das Ganze hier gerade so von, von hinten nach vorne an. Deswegen, schauen wir mal. Wir kaufen mal ein bisschen ein. Das brauchen wir, wir brauchen von dem Plattenmodell. Relativ wenig brauchen wir davon, aber die nehmen wir. Äh, davon, na komm, können wir hier vorne die 10 nehmen. Easy. Was haben wir hier? Ähm, guck mal, da fehlt uns gar nicht mal so viel. Ich nehme aber noch einen mehr mit. Ich lege dafür aber die zurück. Und packen wir mal ein mehr drauf. Sortieren. Ähm, die Batterien kann ich rausschmeißen. Das Gummi kann ich auch rausschmeißen. Kunststoff brauchen wir eine ganze Menge. Äh, ist sonst irgendwas, was ich gerade wegtun kann? Nein, erstmal nicht. Die können wir gleich einsortieren, weil brauchen wir nicht. Ähm, Motoren. 180. Eins, zwei, drei. Vier. Haben wir. Von denen 360. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, sechs. Okay, haben wir nicht genug. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sortieren. So, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wir damit nie ausüben. Das wäre doof. Auch wenn jetzt 40 hier überbleiben. Warte mal, wenn ich den zurücksetze und den dahin nähe, sieht ein bisschen besser aus. So. Und 1800 Plastik. So, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehnt, sechzehn, achtzehn. Blut zurück. Sehr schön. Damit hätten wir für da oben schon mal alles. So, wie bauen wir das jetzt am besten hin? Wir brauchen die Electromagnetik Rots. Das brauchen wir auch tatsächlich nur für hier. Das heißt, die zwei Eumel davon kommen direkt hier vorne hin. Die machen wir jetzt. Wie machen wir sie denn? Äh. Ja. Okay, da wäre... Kann irgendwie nicht. Möchten die gerne mit dem hier irgendwie in einen Klang bringen? Die müssten aber... Steht der so oder steht der da? Der steht rüber. Okay. Dann machen wir das so. Aber... Dann kriege ich da ja gar nichts mehr rein. Wir können den Spaß ja einfach von der anderen Seite befüllen diesmal. Wir müssen ja nur den Manifold umdrehen. So. Und ich habe schon wieder... Den Nudge-Mode vergessen. Aber ja, das sieht... Vernünftig aus. Machen wir so. Damit haben wir die beiden stehen. Wie machen die Highspeed-Konnektoren? Die Highspeed-Konnektoren, die da rauskommen. Oh, jetzt wird's interessant. Vielleicht war das gerade doof, was ich gemacht habe. Ah. Die müssen... Die müssen... Die müssen doch... Wiederum in die elektromagnetischen Steuerstäbe. Dann wäre es eigentlich cleverer gewesen, die ein Stück weiter nach hinten zu setzen. Und erst die... Okay. Punkt 1. Wir zählen hier nochmal zwei drauf. Nehmen den weg. Wir nehmen den. Wir fangen mit den Kollegen an. Die kommen hier in die Reihe. Wie wir es gerade vorgesehen haben. Wie viel Platz lassen wir denen. Bis hier hin. Einen darüber. Samma. Da hin. Zweiten daneben. Fertig. Jetzt gehen wir ein Stück zurück. Ungefähr so hier hin. Schnappen uns diesel. Du gehst wieder möglichst nahe da drüben dran. So. Jetzt können wir diesen Modus mal ausprobieren. Das ist doch gut. Das lassen wir so. Einen hin. Zweiten Kollegen daneben. So. Damit haben wir das. Weil das was da rauskommt, muss da rein. In die zwei. Was kommt denn da noch rein? Statoren. Statoren haben wir auch noch nicht gebaut. Aber das ist ein anderes Thema. So. Jetzt. Wir setzen jetzt die Rezepte. Sonst wird das hier alles nichts. Da habe ich gesagt Highspeed-Konnektoren. Und zwar haben wir da auch glaube ich die Alternativvariante. Genau. Diese hier. Genau. Einstellung kopieren. Geht jetzt da rein. Aber du machst mir nur 66,6%. 66,6%. Danke. So. Die produzieren 5 und 5 brauchen wir auch. So. So ist das gut. Ihr zwei hier. Macht. Macht ihr die Alternativen? Ihr macht die Alternativen. Einmal. Zweimal. Aber du machst davon 25%. Kriegen wir 10 Stück. Das ist super. So. Jetzt gucken wir doch mal. Wenn wir hier auf die Manifolds gehen. Ähm. Das ist ja wirklich enorm hilfreich. Das Ding. Also. Danke nochmal. Charlie. Für den Hinweis. Bob. Ich bin sogar gut nah dran gebaut. Ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder setze ich den Kollegen hier hin. Lasse das da hoch. Warte mal. Was haben wir denn da? Was muss da eigentlich rein? Ähm. Da kommen Statoren rein. Die Statoren kommen von da hin. Ja. Das machen wir genau so. Also. Das ist unsere Zuleitung. Statoren. Wenn ich den Kollegen hier richtig rumlaufen lasse. So. Du hier oben wirst entfernt. Und gehst. Nee. So nicht. Nee. Nee. Nicht da. Danke. So. Hopp. Da hin. Und du gehst dort rein. Dann können die Sachen von da kommen. Ähm. Funktionator. Dahin. Und dahin. Perfekt. Das heißt. Wir haben. Hier einmal. Das war wieder klar. Das ist wunderschön. Da drin. Das da drin. Das dort. Und das dort. Okay. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Das geht da rum. Oder rein. Fertig. Okay. Wir haben das. Okay. Die gehen dann auch direkt da vorne rein. Das heißt. Da können wir jetzt auch hingehen. Ich mach einfach damit das hier direkt fertig ist. Mit dem Spaß eben zu. Da kommen wir zusammen. Einmal da hin. Wie eng ist das? Gehe ich da? Oh ja. Da gehe ich locker einen hin. Ähm. So. So. Unten drunter wird jetzt nochmal interessant. Weil ich muss das Kabel kreuzen. Also den Draht meine ich. Ich will das jetzt auf den. Macht das hin? Auf den dritten? Hauen wir mal eben. So. Obwohl. Ist eigentlich egal. Das andere ist ja auch falsch. So. Weil du gehst nämlich genau da drunter. Aber das machen wir jetzt ganz stumm. Gehen damit. So runter. Gehen. Damit. So runter. Ist das vom Winkel her. Wie sieht das aus? Nein. Das sieht scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Das heißt. Wir müssen. Dann ist die Höhe auch, die wir müssen. Okay. Das müsste reichen. Und dann da rein. Ja. Okay. Das gefällt mir. Der dritte wird noch interessant. Also der letzte hier wird noch interessant. Das heißt. Ihr seid erledigt. Ihr seid erledigt. Strom muss da dran. Aber Strom haben wir hier glaube ich mehr als genug sogar. Können wir sogar direkt von hier wegziehen. Und brauchen keine extra Würste machen. Und haben sogar immer noch was aufbauen. So. Für euch fehlen einfach nur die Teile. Nur ein Turbodraht. Den wir glaube ich noch gar nicht gebaut haben. Also. Hier können wir gleich den Quarzsand nochmal hinleiten. Oder ich kann das machen. So. Was auch. Ich mache einmal ein Zwischenspeichern. Im Moment traue ich dem Spiel nicht ganz. Ähm. Ja. Als nächstes machen wir jetzt die Computer. Noch da rein. Ich hätte auch Autosave natürlich auf entsprechend kürzeres Intervall stellen können. Das möchte ich aber auch nicht. Weil sonst haben wir jedes Mal im Video definitiv das Speichern. Wenn ich das noch kürzer mache, haben wir es mehrfach. Und ihr seht wie lange es dauert. Ihr seht wie ich will. Also es dauert sehr lange. Sehr sehr lange. Ungefähr so lange dauert auch das lange. Ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Aber. Ich nehme an sie bearbeiten noch ein bisschen an der Performance. Ich habe das letzte Video leider noch nicht gesehen dazu. Sollte ich vielleicht nachher mal machen. Okay. Das haben wir. Also den Progress verlieren wir schon mal nicht. Das waren wir 14 Stück für Computer. Und Computer müssen dann. Wieder bei euch rein. Jo. Und die Computer bekommen von hier. Das heißt. Wir setzen jetzt hier. Mit ein bisschen Abstand. Hier machen wir es. So bekommen wir definitiv ein Band hier mittig durch. Hier hinten dran. So. 14 Stück. Nein. Hier. Nur noch sieben. Die Jungs sind halt ein bisschen groß hier. So. So. Das zeigt mir aber schon mal, dass ich. Okay, die könnte ich eigentlich direkt daneben setzen, die 20, ne? Wenn ich die 20 direkt daneben setze, weil die sollen, also direkt ist jetzt relativ, ne? Ich muss gucken. Wie sehe das denn aus? Was brauchen die denn eigentlich? Irgendwas, was ich reinpacken muss. Okay, die brauchen Computer. Das ist gut. Die baue ich dann hier. Ähm. Okay, da kann ich dann den einfach von der anderen Seite laufen lassen. Aber die würden halt im Moment wahrscheinlich mit denen kollidieren, ne? Muss mal auf. Äh. Ja. Fall mal. Jetzt. Da komme ich nicht dran. Eins. Oh, ob wir die 20 hier hinkriegen. Und ob sie da vorne in den, äh, Schredder rein kollidieren. Ich meine, der ist eh nur temporär. Das ist mir relativ egal, ne? Da müssen wir sowieso dann gucken, wie wir das, äh, mit dem Koks anders machen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier auch noch, ähm, die, die Schmelzereien für Stahl hin kriegen. Ähm. Ja. Da wird's ein Problem. Okay, die kann ich definitiv nicht setzen. Wenn ich den... Okay, wir haben eh nicht genug Platz dafür. So ein Mist. Ja. Was machen wir jetzt? Ziehen wir jetzt? Oh, es geht genau bis an die Kante hier ran. Eieiei. Ziehen wir jetzt das Ganze ein bisschen weiter hier raus? Dass es nach oben hin breiter wird? Oder... Wie machen wir es? Einer kommt hier noch rein. Also es bleiben fünf drüber, die wir dann noch setzen müssen. Die Alternative wäre halt, die auf die andere Seite zu packen. Müssen wir einmal gucken. Okay, jetzt stelle ich jetzt einmal hier. So hin. Du sollst bitte so sein. Mal hier. Äh, hier, genau. Okay. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Und überlegen uns irgendwas hier mit. Das machen wir so. Ähm, wir gehen hin. Und setzen... ...dort zwei von den Kollegen hin. Auch das ist nur... ...at Tempo verres. Aber dann kannst du dort weg. Du weg. Ich mache mir jetzt noch nicht mal die Mühe, irgendwie das... ...das Band, äh... Wo gehst du da hin? So, wo kommt Strom von... Äh, wo kam sie denn Strom her? Da. Äh, Strom von da. Na, 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 passt. Das läuft wieder weg. Wunderschön. Und du, da wird dein Anschluss einfach komplett weg, äh, zweckentfremdet. Wörter, man ist zu lang. Dann machen wir es halt so. Der geht da... ...so halb dran vorbei. Wie gesagt, temporär, ne? Aber... ...dann können wir... ...den einen Computer setzen. Und den. Jo, das gefällt mir. Äh, das sind die... ...adaptiven Kontrolleinheiten. Adaptive Steuereinheiten. Ähm... ...kopieren. Und dann einmal rum. Eingefügt, eingefügt. Bums. So, und der letzte hier hinten. So. Zack. Wie wunderbar. Das war schon mal 10. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 19. Und die 20. Das heißt, Rezepte sind drin. Wir können alles, was hier rauskommt, nehmen. Oh, und wir können es dann schön da oben drauf... Oh, das... ...wird jetzt einmal... ...für den ersten hier schon mal ausgehandelt. Äh, nee, nicht von der Decke hängen. So. So. Und ab da... So. Und ab da... Ja, weißt du was. Ja, weißt du was. Egal. Dann sieht das halbwegs vernünftig aus. Ja. Ich sehe halbwegs vernünftig aus, wenn ich es hinkriegen würde. Und... ...hier und auch gleichzeitig... ...hier. Da... Und dann geht der Spaß... ...dort... ...da oben dran. Dann laufen diese beiden Teile auch wirklich in einer Reihe... ...vernünftig da durch. Das sieht ja schon fast professionell aus. Es tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Naja, eigentlich schon. Schön übereinander. Okay. So soll es sein. Ähm, den Rest da hinten schließe ich dann ohne euch an. Und das heißt, hier kommen jetzt... ...ääh, Computer hin. Richtig. Richtig. Und das ist auch wirklich das einfache Computerrezept. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber... ...es ist tatsächlich... ...das billige, einfache Computerrezept. Probieren. Äh... ...einfügen... 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 ...ne? Mal gucken, dass ich jetzt auch wirklich V treffe und nicht... ...äh... ...irgendwas anderes. Nee. Eingefügt. Wenn ich unten langlaufen würde, wäre das vielleicht viel einfacher, ne? Aber sowas von einfacher wäre das dann. Auch wenn ich hier so ein bisschen rumhampe... ...da... ...oder gut, dass ich das Drei-Vorschluss gemerkt habe. Also... ...nein damit. So, ihr solltet... ...auch das wollte ich nicht. Ähm... ...hier solltet jetzt alle die Rezepte haben. Na, ist doch schon mal schön. Wunderbar. Ähm... Wie gehen wir dann ran? Also, wir haben die Kollegen stehen. So, wir haben auch die halbe Stunde voll. Wunderbar. Ähm... Ohne euch. Ähm... Diesmal aber andersrum. Ich möchte, dass da der Eingang ist. Und ähm... Wir fangen hier mit denen an. Und dann gucken wir... ...wie wir den ganzen Spaß so richtig schön davor kriegen. Ähm... Ach, das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Und vielleicht ein bisschen mit der Perspektive blöd. Aber nein, das sollte passen. Aber... ...den können wir deutlich näher ran machen. Schön. Ja, lassen wir so. Ist einer dazwischen frei. Macht keinen Sinn. Machen wir so. Das sollte passen. Oder sogar so. Wir probieren das mal aus. Den einen gucken wir uns zusammen an. Das geht. Das geht. Der wird nicht gehen. Geht der denn... Du sollst... Da dran. Und da unten... Nein, genau so. Nein, genau so. Ich hätte noch einen näher gekonnt. So. Aber das macht nichts. Dann ist das halt so. Der ist zu kurz. Na, komm. Na, komm. So ist richtig. Wir gehen da dran. Okay. Also, so machen wir das. Wieder dran. Dann... Da vorne dann das gleiche Spielchen. Alles schön da dran. Dass dann... Wir so langsam alles hier rein kriegen. Ähm... Jo. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit... Macht es gut. Gäffchen. Tschüss.